Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. Ja, der kleine Drek hat stundenlang mal ein bisschen was gemacht. Ist immer noch dabei. Also mein Mixer läuft immer noch mit Copernickel, weil ich möchte ja gleich ein bisschen Vorrat aufbauen. Weil alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist weg. Ist schön. Ich habe gerade mir gedacht, ja, ein bisschen Hass bestimmt noch übrig. Nö. Einfach nö. Alles weg. So, dann haben wir jetzt erst einmal hier nochmal Mika. Ich habe schon mal einen durchlaufen lassen. Und da auch einen Stack. Drei. Davon braucht man dann 16 Zin. Okay. Ich habe fast meinen kompletten Stahl verbraten. Ich habe noch 22 Stück. Von anderthalb sechs, glaube ich. Ähm, ich bin total zufrieden. Denn als allererstes bauen wir jetzt mal den hier. Das ist ein Low Voltage Battery Buffer mit 9 Slots. Und den da schmeiße ich jetzt mir erst einmal eiskalt hier hin. So, dann hätte ich gesagt, nehmen wir davon Kabel. Ähm, ja. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ja, okay. Momentan wird das sowieso erst provisorisch aufgebaut. Das machen wir sowieso öfters. Also, ich habe jetzt mein Heatproof Machine Casing. Habe ich hier 11 Stück drin. Ich habe nicht alle gemacht. Einen machen wir noch zusammen. Das ist hier. Und meine sechs Inva-Platten sind hier. Geht aber ziemlich fix. So, dann haben wir nochmal einen. Und wir haben jetzt unsere 16 Copernickel Coil Blöcke. Dafür braucht man Mika. Also, ich habe jetzt festgestellt, ja, von der Zeit her ist es vielleicht nicht so extrem. Aber, man braucht doch wie viel weniger Material. Ich merke gerade Kupfer. Kupfer schon wieder. Ah, okay. Dann kann ich das Kupfer schon mal nehmen. Weil ich habe auch ein bisschen Red Alloy noch hergestellt. Oh. Nee, Kupfer ist doch voll. Alles klar. Schon wieder dunkel. Oh, der war super. Auch dich. Danke. So, dann brauche ich erst einmal aus dieser Ecke vier Lapis. Beziehungsweise, ich eventuell Soda Lied. Ich brauche nämlich jetzt die Crowbar. Habe ich die ganze Zeit nicht gebaut. Jetzt geht es nicht mehr anders. So, habe ich eventuell noch da hinten den Dust. Ich hoffe. Lapis Dust. Ich hoffe. lapis Lazuli. Wir schauen noch mal nach. Gott. Wir hoffen es einfach. Braucht drei Rods. Ich brauche dann Liste. Okay. Wir probieren es einfach. Wenn nicht lapis, habe ich auf jeden Fall hinten. So, dann hätte ich gesagt, ich brauche mal ein bisschen. Ja, wir machen am Anfang Eisen, weil ich kenne jetzt keine Platten, wo ich jetzt kite, dass mir da nicht das Eisen reicht. So, dann kommst du da hin. Und dann warst du der Hammer und die Pfeile. Jawohl. Wir haben eine Crowbar. Und wir haben auch eine Quest. Die lassen wir gleich mal in der Hand. So, wir müssen auf jeden Fall noch eine Sache bauen. Die machen wir aber zusammen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich brauche dafür. Und zwar, wir brauchen ja noch den Electric Blast Furnace. Oh mein Gott. Das heißt, ich brauche jetzt 8, 16, 24 Kabel. Das ist nicht, oh mein Gott. Sondern, dass ich noch mehr Eisen brauche. Das ist, oh mein Gott. Ich bin gerade beim Überlegen. Warte. Ja, Eisen geht. Eisen, halt. Eisen geht. Drag. Stahl darfst du nicht mehr brauchen. Stahl hast du ein Problem. Eisen hast du kein Problem. So, davon brauche ich 15 Stück. Eisen kann ich, habe ich ein Dutzend billiger gemacht. Ich schaue gerade, ob ich noch was geschmolzen habe. Nein. Das heißt, ich kann bald noch mal ein Stack durchjagen. Aber Nickel habe ich nichts mehr. Okay. So, 2 von 3 haben wir schon mal. So, Furnace im Assembler. 5 Platten einfach. Jawohl. Ich höre da schon wieder rumgeschleiche. Ja, also das Problem, was wir mal am Anfang hatten, ne, mit, äh, nichts mehr Monster, das ist vorbei. Aber Gott sei Dank. So leveln wir auch. Ich glaube, ich wäre sonst noch bei Level 3 oder so. Wenn sich mal ein Zombie verheirrtet. Entschuldigung. Ich suche den Weg zu. Hä? Ja. Der darf nicht ausreden, weil es ist ein Fall drin. Ja, aber wenn der ausredet, dann fängt der noch an zu gehen. Ne. Oder ich kriege Mitleid. Ne. Alles klar. So. Dann brauchen wir jetzt als nächstes den Main Hedge. Main Hedge. Bin ich bestimmt. Da ist er. Main Hedge. Das heißt, äh, Crowbar haben wir alles da, bis auf die LV-Maschinenhall. Die habe ich hier hinten. Ich habe da schon mal nämlich ein wenig was vorbereitet. Oh mein Gott. So, also, der Hammer kommt hier hin. Der Wrench kommt in mein Inventar. Wirecutter. Soft Mallet. Säge. Pfeile. Ähm. Okay. Dann bleibt der da. Der bleibt auch da. Ich werde es gleich mehr von dem Zeug brauchen. Main Hedge. Kommt. Hier hin. Nein. Gut, dass ich das gerade hier mache. Ähm. Ich bin doch gerade beim Überlegen. Ich glaube, ich brauche ein paar Steine. Und zwar ein paar getüsselte Steine. Ich brauche mal ein neues Stück. Ja. So. Fällt gut aus. Dann kommt der Maintain Hedge. Hier hin. Dann brauche ich jetzt als nächstes. Haben wir Kabel? Nein, haben wir nicht. Ähm. Ich brauche eins, zwei, drei. Eins, zwei, ja, drei. Dann machen wir das hier. Dann brauchen wir hier die 24. Ich da rein. Dann heißt es. Toll. Ja. Dann hoffen wir, dass es aufgeht. Naja, wenn nicht, dann kommt es wieder zurück. Ja, richtig. So, dann brauche ich noch mal einen Block. Das ist dann aber diesmal zu. So, ich muss auf jeden Fall gleich, bevor ich irgendwas anders mache. Ja, wobei, nein, ich mache das ganz anders. Ich mache das nicht so. Dann reichen auch die drei. Ja. Bevor ich jetzt irgendwas anders mache, habe ich jetzt hier noch ein paar Battery Alloy Plates. Dann brauche ich jetzt dich. Dann brauche ich jetzt dich. Ich brauche noch, ich brauche auf jeden Fall noch Batterien. So, ich schmeiße jetzt einfach mal rein. Weil entweder fällt mir hier alles aus. Was mehr nicht will. Oder drüben was aus. Das will ich gleich zweimal nicht. So, wir haben schon mal zwei drin. So. Und da kommen auch noch mal zwei rein. Auch natürlich volle. Dann habe ich den einen Block. Den stelle ich dann einfach rein, dass ich nicht mehr als acht Batterien reinhaufe. Haufe. Okay. So. Und jetzt muss es etwas zügiger gehen. Denn wir brauchen jetzt Input Hedge, Output Hedge. Nein. Input Hedge. Input Bus, Output Bus, Input Hedge. Input Hedge mache ich mit einem Tank. Den habe ich schon da. Okay. Circuit Nummer 1 und sehr viel Glue. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen Kleber verbraten. So. Also. Ich brauche, was haben wir jetzt gesagt? Den Tank. Den Tank im Assembler. Circuit Nummer 1. Läuft. Gut. Dann brauchen wir einen Input Bus. Dafür brauche ich eine Kiste. Und eins. Und dann brauche ich noch einen Output Bus. Das ist Kiste und zwei. Dann brauchen wir noch einen Muffler Hedge. Dafür brauche ich einen Motor. Ich brauche eine Bronze Fluid Pipe. Und einen Bronze Rotor. Das heißt, wir brauchen zehnmal Bronze Platten. Ja, wenn man wartet, kann man anfangen, alles Mögliche in doppelt, dreifach und fünffach anzulegen. So, dann brauche ich aber noch mal Bronze. In der Place. So, drei Batterien haben wir noch. Kommt die raus und geht mal die rein. Und solange die jetzt natürlich laufen, lädt nix. Aber wir haben schon mal, wir haben schon mal fünf. Das reicht auf jeden Fall. Da sind jetzt, glaube ich, vier drin. Richtig. Und da sind auch vier drin. Okay. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass mir vielleicht das Resort Oil vorher ausgeht. Das kann nicht passieren. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, pack mal, nee, die packe ich jetzt nicht da rein und bleiben die Blatterin da hinten leer. Dann packe ich die erst mal hier rein. Okay. Also, das heißt jetzt, wir haben noch nicht den Muffler Hedge. Das heißt, ich brauche genau, den Rotor. Dann muss ich den mal schneiden. muss ich mal wieder hier reinschmeißen. Wäre jetzt ein Blödsinn, wenn ich jetzt da runterlaufe, nur um den einen da wegzulegen. Okay. Zehn Platten. Und dann heißt es jetzt für mich, ich brauche ja die normale. Davon brauchen wir sechs. Richtig. Ich brauche da die normale Pipe. Jawohl. So, dann haben wir den Rotor. Dann heißt es, das da kommt da hin. Das da kommt da hin. und haben wir uns Pfeile. Und schon haben wir den Bronzerotor. So, und jetzt brauchen wir noch von hier die normale Pipe. So, wir gucken noch mal. Am besten gibt es da ein Assembler-Rezept, das war einfach nur billiger ist, aber nein. So, das war das. Das war das. Motor habe ich auch schon. und wir haben ein Muffler-Hedge. Dann heißt es jetzt nämlich, wir können schon mal das da und das da. Und zwar hinten mittig kommt nichts hin. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. dann kommt ja aber der Muffler-Hedge hin und zeigt nach oben. Wichtig. Ein Block Luft, drüber auch wichtig. Soweit ich weiß. So, dann hätte ich gesagt, wir haben auf jeden Fall hier drin jetzt ein paar Maschinen. Und zwar den Output-Bus. Den packe ich hier hin. Den Input-Bus, den packe ich hier hin. und den Input-Hedge packe ich hier hin. So, jetzt haben wir dann noch den da. Da kommt dann jetzt eigentlich gleich das andere hin. dann packen wir das mal da rum. Okay. So, dann heißt es jetzt, wir haben die drei Eisen-Furnaces. Furnaces, das ist, das ist, das ist. Weil noch drei Circuits. Haha, die werde ich jetzt bestimmt nicht zusammenkriegen. Ich kenne mich, ich kenne mich. Was fehlt mir? Ein Brett. Ich gebe mir gleich ein Brett. 32 Kupferfolie. Ja, gut, dass ich Kupfer übrig habe. So, wie war das jetzt? Also, jetzt müssen wir nochmal nachschauen. Das, 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 das. Die drei. Du hier. Nochmal. So, ich habe doch noch eine Batterie übrig. Die wird wichtig. Die wird wichtig. Die brauche ich nicht zum Laden. Die brauche ich für ein Tool. So, und zwar, ich brauche jetzt einmal Soldering. Und zwar einmal das Soldering Iron. Das heißt, wir brauchen... Mache ich jetzt aus, mache ich jetzt aus Stahl. Okay. Ich hoffe, dass das funktioniert. Okay. Das ist, wie gesagt, das einzigste, was mich ein bisschen nervt, ist, dass man das nicht gescheit sieht. Eisen. Okay, Eisenrod. Genau, ein bisschen Plutonium. Kann ich bestimmt schon herstellen. Also Eisenrod. Weißer Zwerg. Klar. Sofort. Gleich zwei Stück, bitte. Cobalt Dress. Astralsilber. Rough Iron. Stainless Steel. Stainless Steel. Sofort. Zwei Stück, bitte. Einen zum Aufheben und einen zum Verballen. Mhm. Da ist ein Stahlbolzen. Da hätte ich gesagt, nehmen wir doch mal einen Stahlbolzen. So, geh mal du da weg. Das heißt, ich brauche jetzt eine Eisenstange. Wo kommst du dann hier hin? So, jetzt habe ich schon mal meine 32 davon. Das heißt, da kann ich jetzt schon mal den Circuit draus basteln. Ich brauche noch acht von den Holzdingern. Die habe ich sogar einstecken. Acht davon, 32 davon. Und den Circuit Nummer sechs. rein zufälligerweise auch noch Kleber drin, den muss man brauchen. Ist doch alles wunderbar. Braucht nur ewig. 80 Sekunden. Jawohl. Ähm, in der Zeit mache ich jetzt mir mal meinen Stahlbolzen. kann man den eigentlich zum Stahlbolzen noch mal machen. Aus einer Schraube. Einschmelzen bestimmt, ne? Okay. Also, dann säg mal. Was brauche ich denn für ein Soldering Iron? Ich brauche für ein Soldering 19 und ein Anti-Money. 19 Sim und ein Anti-Money. Dann hätte ich gesagt, wir legen uns schnell mal hin. Das müsste der Maserator draußen noch können. Mache ich drei Kreuzchen, wenn das Ding fertig ist und auch läuft und durch ist, wie gesagt, ein paar Sachen habe ich schon im Kopf, was ich mit Alu anstelle. So, also einmal 19 sind. Ich bin der Meinung, dass das hinten schneller gegangen wäre, aber kann auch sich täuschen, kann auch sich täuschen. aber wir haben jetzt dann Soldering. Das ist dann auch sogar wichtig, dann irgendwann für die Chip-Herstellung, sobald wir den nächsten haben. Aber wie gesagt, bevor ich meine Good Circuits dann für einen Circuit Assembler ausgebe, äh, nein, nein, einfach nein. Das können Sie vergessen. Da gibt es erstmal einen Extruder und mit dem Extruder verdoppelt sich, äh, oder wird alles einfacher und mit einem Elektrolyzer gibt es keine Batterieprobleme mehr. Also die zwei Sachen haben wir auf jeden Fall im Auge. Ja, ich habe es kommt gegen Aua. Dafür brauchen wir den Circuit Nummer 1. Dich rein, dich rein. Schon haben wir eine neue Mischung. Die Mischung macht's. Haben wir dann auch noch Kohle da? oder oder keine Kohle da? Carbon würde ich jetzt bestimmt nicht als Brennmaterial verwenden können, oder? So schön es auch wäre. Ah, wir haben Kohle das da. Ist dasselbe. Funktioniert. denn wir brauchen Wire. Das hat dünne Wire zum Löten. So, das heißt, wir haben jetzt unsere acht Boards. Wir haben unseren dritten Circuit. Ich habe meine Electric Blast Furnace. EBF Time. Jawohl. Ich habe noch, ich habe aber noch zwei Sachen vor mir. Das da, und das wird nervig genug. Also, ich brauche nochmal zwei Circuits, ich brauche auch nochmal zwei Lubrikant. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich einen Ich werde das ja mit Distillery machen müssen. Läfte ich schon haben. So, gebe mir mal die 24. Dann hätte ich gesagt, gehe ich nochmal hinten durch die Öfen. Kann auch gleich nochmal Fuel nachholen. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich mal auf dem trockenen C2 vergessen habe, diese Öfen wieder voll zu machen. Das schaffe ich 100%. Weil sind jetzt gerade die letzten zwei. Ich glaube, ich war schon ein paar Mal da. Ich hätte schon ein paar Mal Holz reinschmeißen können. Habe ich schon ein paar Mal nicht gemacht. So, dann brauche ich jetzt dich. Gott. Sehr schön, dass ich davon 2000 brauche. brauche Eisen. Da wird mir noch ein Schucke. So, ein Eisen und da ist er. Da ist er. Zwei Stück. Wenn ich was habe, ist es Woodpulp. Und in Circuit 1, danke, lauf. Lauf, Boris, lauf. da kommen mal 12, dann kommen 13, haben wir 34. Hier mal 20 rein, das muss hoffentlich reichen. 1, 2. Also, wenn ich schon dabei bin, gerade das Zeug zu machen, könnt ihr euch ja sicher sein, dass ich dann das Wasser hier auch rausschmeiße. Das kommt dann hier rein. Wobei das Wasser lasse ich noch drin. Aber dann soll er schon mal anfangen, das restliche Holz zu schneiden. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, okay. Äh, 416 haben wir schon. Und wir wurden das letzte Mal gequält. Tschüss. Ist das nicht schön? So, dann kann der schon mal laufen. Ich brauche jetzt davon 4. Ich brauche 2 Pumpen. Ich brauche Bronze Fluid Pipes. Ich habe gedacht, dass ich bin schon fertig, ne? dann brauche ich Magnetic Iron Rod und Fine Steel Wire. So, du kommst da hin, da hin. So, jetzt sehen wir nur noch die Rotoren. Dann auch mal 2. Ja, mir fehlt natürlich Tin Ring. Ist klar. Aber ich habe, glaube ich, noch hier zwei rumliegen. Tin Platten habe ich aber keine rumliegen, ne? und gib ihm das Hammerpfeile. heißt, wir brauchen noch die Platten, das sind die Rotoren auch fertig. So, dann brauchen wir zwei Eisenrots. Steal Wire. Steal Wire. Was haben wir gesagt? Wir brauchen 16, ne? So, dann kommst du, du kommst weg, du kommst da rein. Ja. Aha, Mist, das reicht nicht. Mal zwei. Langsam muss ich aber die Daumen drücken, dass ich jetzt langsam keinen Stahl mehr brauche, Weil sonst habe ich ein Problem. Circuit 1. Davon brauche ich auch noch mal zwei. Zwei Circles brauchen wir auch noch. Wow. Wenigstens eine Sache, die wollen wir schon mal haben. So, Pumpe. Jetzt geben wir natürliches Zinnkabel aus. Ja, Eis rein, danke. Eis weg. Das heißt, vier Kabel können wir noch fertig machen. Müsste reichen. Dann lauf. Wie weit? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nicht mehr einen, ich brauche davon vier. Ja, ich weiß, es gibt noch, es gibt noch die Möglichkeit über die Brewing-Maschine. Dafür brauche ich Alu. Und das ist ja fast noch, ja okay, ich könnte jetzt vom Ölweg her, wäre es jetzt die Hälfte. Aber, äh, das macht am meisten Sinn. So, wir haben den Ast, die erste haben wir fertig. und dann haben wir doch noch gesagt, wir haben Balls gemacht. Sollten wir nicht auch noch vergessen. jetzt tu, da warst du. sehr schön. Sehr schön. aber hier haben wir jetzt hier ein bisschen Platz, dann müssten wir jetzt die laden können. Jawohl, der lädt. die nächste volle Batterie. Da ist uns fehlen noch zwei. Und dann weiß ich auch, wo ich die auf jeden Fall, hier kommt nochmal eine raus. Und hier kommt dann die letzte raus. wenn sie dann in, nein, die werden gerade nicht voll, die werden gerade leer. Ich muss, ich muss hier auch noch ein bisschen Methan mit dazu, äh, packen. Die Batterien müssen laden, ich brauche noch eine. Ja, es laufen halt gerade die zwei. Ich sehe gerade, ich habe noch 40 Eisen, äh, gebaut. Ja, das heißt, du, halt, wiremill. Kommst da hin. eigentlich nicht zwei rein? Oder brauche ich vier? Ich brauche vier. Das wird knapp. aber extrem. So, davon haben wir auch schon mal zwei. Das heißt, du kommst da hin. Dann haben wir davon auch zwei. Ich sag jetzt haben wir hier. Die vier Kabel haben wir hier. Mir fehlt jetzt eigentlich nur noch. Wieso habe ich jetzt nur eine Pumpe? Ach, weil ich kein Ding mehr hatte. Ich sehe gerade, ich habe da oben eine. ja. Jetzt eine Flasche voll Zeit. Das wäre was Schönes. Arbeit schneller. Wir haben doch keine Zeit. Aber dann geht jetzt weg. Erstmal Gemüse auskippen. Jawohl. Quest completed. Sehr schön. Habe ich nie raus. Kommst da rein. Dann heißt es, äh, achso, doch Weizen und Kartoffeln. Der Rest. Wir legen uns hin. Und wir hüpfen mal zum Holz. Weil dann schmeiße ich gleich mal die Öfen an. Wenn ich so warten muss. Kann ich es auch sinnvoll machen. Wie gesagt, die hoch zu züchten. Das wird noch für mich interessant. Und vor allem auch noch die richtigen Sachen raus zu züchten. Das wird noch interessanter. Ich möchte aber dann teilweise nicht mal wissen, ne? Was passiert, wenn es du hier, äh, Pflanzen hast. Sagen wir mal, da kriege ich aus jedem Ertrag raus. Ich kriege ja jetzt da teilweise nur... So nicht. Da ist der Blitz aber ganz schnell zurückgekommen, gell? In Pfeilform. So. So. Dann haben wir schon mal den. Interessant wird es ja erst dann, ob ich alles, äh, wie ich das richtig gemacht habe, wenn ich Ender-IO da habe. Wenn dann Ender-IO anfangen soll, die Pflanzen zu ernten. Ich glaube, die können auch Crops. Aber wenn ich da kein vernünftiges, äh, System dahinter habe, glaube ich, würde ich eingehen. So. Ich schließe mal so eine kleine Wette ab. Ich war trotzdem immer noch zu schnell. Oh, nicht schon. Jawohl. Und sie ganzen Fischchen sind auch schon gewachsen. Also, wenn man sich jetzt mal vorstellt. Ich habe in der letzten Folge Sachen vorbereitet. In der Folge davor was vorbereitet. Und auch schon was gemacht. Ich habe jetzt Minimum drei bis vier Stunden nur Material vorbereitet. Und wir sind immer noch nicht mal annähernd so weit, dass das Ding läuft. Schon leicht krank. Du bist da rein. Du bist da rein. Du bist da rein. Ja, doch. Da sind wir auf jeden Fall alle voll. Sehr schön. So hat mich das Zeug genervt. Mittlerweile finde ich es total entspannt, wenn das da vor mich hinklinkert, weil, äh, da ist man auch entspannter mit dem Zeug, ne? Weil das heißt, ich kann ja das Zeug dann wegräumen. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier die sieben. Das weg. Das weg. Das weg. So, das ist alles aufgeräumt. Warte. Ja. Bis auf die Äpfelchen. So, wie viel hast du jetzt geschafft? Einen. Und mehr kannst du nicht schaffen, weil, ähm, ja, hätte ich noch mehr drin haben müssen. So, das heißt, wir haben einen LV Energy Hedge. Du brauchst zwei von denen, das weiß ich. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt hin und holen uns mal das Kabel. Das ist schon mal angeschlossen. Kann ich die schon reparieren? Ich probiere es jetzt einfach mal. Nein, weil die Struktur noch, äh, nicht fertig ist. So, dann haben wir noch mal das. Das brauchen wir auch noch mal. So. Und wenn jetzt das dann durch ist, äh, Soldering Iron läuft. Aber ich hätte gesagt, ich mach nicht alle. Ich mach nur einen. Weil Soldering ist, äh, auch was, was man ein Dutzend billiger braucht. Oh, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist gut. Man sieht, man sieht, man sieht, man sieht, man sieht schon, dass, das Ende am Horizont. Okay, Soldering Iron ist jetzt bestimmt auch geladen. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Also, Soldering Iron ist immer, wie gesagt, äh, man kann ja sich dieses, dieses, ähm, Panzertape da rum bauen. Das Problem ist halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will ja das Ding jetzt hier erstmal aufstellen, damit es einfach mal läuft. Ja. Und. Wenn ich jetzt dann sage, ja, jetzt muss es aber dann an seine passende Stelle hin. Ähm, ich hab jetzt gerade einen zu viel. Guck ich einen zu viel. Kann ich mich wieder nicht zählen? Ich brauch oben acht. Hab ich den jetzt unten mittig vergessen oder nicht? Dann wird's gleich sehen. So, ich brauch mal was, was satt macht. Ich hab den noch nicht. Das kannst du gerne wieder da reinschmeißen. So, was haben wir noch? Hotdog. Ich brauch unbedingt diesen Pott. Mixing Bowler wäre noch nicht. Aber ich esse noch ein Biskuit. So, was zum Naschen. Nächstes Mal essen wir eine Suppe, Hauptspeise, Nachspeise. Und dann brauche ich einen Rollstuhl, weil dann kann ich mich nicht mehr bewegen, weil ich einfach nur extrem satt bin. So, das heißt jetzt da die Coils und wir warten auf das, wir warten nicht aufs Griskin, aber wir warten auch nur auf das Lubrikant. La 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 la. Genau, und da kann ich jetzt mal gucken, ob ich jetzt irgendwo was vergessen hab. Aber hier ist zu. Hier ist auch zu. Ne, dann habe ich mich doch tatsächlich verzählt. Die sind noch nie vorgekommen. Wusst. Also, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe diesen Block, glaube ich, nicht mitgezählt. Das heißt, ich habe 2 unten und 8 oben. Dann bin ich bei 10. Ja, genau. So kam es. Ja, aber lieber einen zu viel, als einen zu wenig. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ist so. Ja. Wir sind jetzt schon bei 560. Ich sehe es mit Freude. So, dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen unser allererstes Alu. Und für unser allererstes Aluminium-Inget brauchen wir hier dieses Rezept. Das hätte ich am liebsten, aber da brauche ich die Kantal. Wir haben aber erst Copronicle. Und ich brauche Kryolite und Alumina. Und weh, ich habe jetzt das Zeug nicht da, ne? Dann seht ihr mich flippen. Alumina, habe ich 3? Mein Ernst? Und das andere habe ich gar nicht? Ähm, was kommt denn da raus, wenn ich das durch den Ohrwascher jahre? Alumina. Muss ich durch den Ohrwascher jagen? Ich jage mich gleich selber. Ich habe gedacht, das habe ich schon alles hier rumliegen. Ne, Pustekuchen. So, wer ist jetzt schneller? Okay, ähm. Alumina brauche ich 5. Von Kryolite brauche ich 10. Ne. Ich brauche vom Alumina brauche ich 10 und vom Kryolite brauche ich 5, oder? Genau. Wo kriege ich noch dieses Zeug her? Almandin. Okay, Emerald Ohr. Green Saphir. Saphir. Sportdomäne. Ähm. Enderzentrifuge LV. Da brauche ich gar nicht gucken. Das habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Spessatine. Nitrit Exit. Das kann ich auch vergessen. Ein bisschen Maß, genau. Brickdust. Red Granite Dust. Kyanid. Ruby Dust. Ja, aber es ist alles MV. Ja, da bin ich ja total begeistert. Man hört es raus, ne? Vor allem, ich habe jetzt gleich meinen ersten 5 Kryolite und brauche von dem da noch so viel. So, Alumina. Ich muss noch mal gucken. Also das kann ich vergessen. Brickdust. Red Granite Dust. Ja, ist ja ein MV. Brickdust. 17 Stück. Ja, da bin ich jetzt doch mal einfach so frei, ne? Na, Gott sei Dank. Geht etwas schneller. Ich brauche davon 17 Stück. Ich glaube, der Maserator macht die ziemlich schnell platt. Ja, Gott sei Dank ist das eine Möglichkeit. Doch, dann schnell den Elektrolyzer. Also das wird, das wird nervig. So, und das waren jetzt, äh, Brickdust war jetzt in den Elektrolyzer schmeißen. Also das ist gerade so aufgegangen. Boah. Wow, ich habe eins. Jetzt muss ich hoffen, dass da hinten 10 rauskommen. Ja, sehr gut. Ich glaube, mein Problem, ne, geht mittlerweile, war der schon weg. Habe ich da auch eine Chance, dass das, äh, ne, Sodium kommt da raus. Ja. Er ist gleich durch. So, und dann heißt es jetzt aber, ich kann jetzt meine letzte Lubrikantzelle da reinjagen. Jetzt habe ich meinen LV Energy Hatch. So, das heißt, ich baue jetzt auch auf jeden Fall eine Batterie. Ja. Ich merke halt gerade, ne, ich muss unbedingt. Ja, eigentlich müsste ich auf, auf Diesel gehen, ne. Aber dann bräuchte ich jetzt auch noch einen HV-Mixer, äh, einen MV-Mixer. Da bin ich jetzt dann doch, äh, äh, noch. Das ist dann schon zu viel. So, jetzt haben wir hier neun. Und es muss auf jeden Fall drüben sauber laufen. Wenn ich da nämlich, äh, was hab, ne, dass, äh, dass das nicht aufgeht, äh, dreh ich, glaube ich, am Rad. Komm, gib mir doch bitte das Letzte. Okay. Okay. Aluminium, das und das, äh, ja, genau. Camel Corrector, aber das bringt mir nix. Also, ich muss jetzt noch mehr Erze durchjagen. Und komm schon mit der, äh, Konstellation hier nicht, äh, weiter. Also, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich die ganzen Bricks, äh, platt machen. Ja, aber mit Fuller's Earth hab ich ne Chance. Äh, Bentonin hab ich ne Chance. Äh, Glauconid hab ich ne Chance. Ja, also, das heißt, der Ohrwascher, oder der Ohrwascher muss auf jeden Fall die ganze Zeit laufen. Ich müsste eigentlich mir jetzt endlich auch mal den Simple Ohrwascher bauen, damit ich endlich da auch mal ein bisschen vorankomme. Ich seh' nur gerade... Der kann mich überhaupt nicht leiden. Habe ich irgendwo da unten einen Soapstone? Jetzt, wenn ich dann hochkomme, ne, schließe ich mal so ne Wette ab. Da ist er schon längst fertig ist. Und es hat... Wenn ich jetzt nichts dabei hab, hat er es auch noch nicht. Hm. Ich kann gut hellsehen, oder? Ach, komm schon. Also, das ist nicht, das bin nicht ich der, wo die Folgen in die Länge zieht. Das ist diesmal der Ohrwascher. So hättest er aber auch schon längst das Zeug vorbereiten können. So, jetzt sind aber auch wenigstens mal die Batterien voll. Ich hoffe, dass da nichts schief läuft dann. So, ah, okay. Circuit burnt out. Also, er hat es sich doch gemerkt. Ja, das heißt, das Soldering Iron, äh, Alloy Wire nimmt man jetzt unten mit rein. Klickt jetzt dann drauf, dann braucht er 10% der Energie. Und, äh, ein Soldering. So, du kommst weg. Du kommst, meinetwegen, erst mal darunter. Ähm, dann heißt es jetzt, was fehlt mir jetzt noch? Ich schätze mal der weiche Hammer, der harte Hammer. Und der Schraubendreher. Das, das und das. Als wäre das ein neuer Schraubendreher, oder was, Drag? Hallo? Er hat einen Drag. Die Dinger da? Ich mach nur noch Quachy. Der ist hier. So. Der Boku muss da rein. Mit dem Hammerli draufhauen. Mit dem weichen Hammerli draufhauen. Und der schreit schon mal, dass er starten kann. Okay. So, das kann man da lassen. Soft Mallet. Hammer. screwdriver. Wo die Pfeile ist, weiß ich grad nicht. Nehme ich mal die hier. Bitte, bitte. Von den Ärzten. Neh. Das kann doch nicht sein. Man kriegt immer so sechs Stück raus. Pro, pro, äh, Dingswurms. Pro. Äh. Was sucht der für ein Wort? Äh. Stack. Das Wort hat er gesucht. Gefunden. Und behalten. Und, äh, ja. Ist natürlich toll. Ja, wenn man sechs Stück ungefähr kriegt, war das sind zehn, zehn Prozent. Bis jetzt hatte ich... ...drei. Ist egal. Ich muss sowieso nochmal, ich mach sowieso, ich mach die sowieso nochmal. Eigentlich müsste ich gleich 34 Stück durchpfeifen. Schaut mal, ich hab hier noch mehr Kühe, leid. Ja, aber die sind schon... ...durch, außer... ...die... ...sind die dreckigen. Ist mir jetzt egal. Und vor allem auch, das Rennen ist mir egal. Ich merk gerade bestimmt, dass ich zu alt bin. Aber wer kennt noch von... ...vom... ...vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, äh, das mit dem Ball. Wo man am Telefon sagen muss, links, rechts. So kam ich mir gerade vor, wo ich hier hinter gerannt bin. Ungefähr so hat auch meine Maus reagiert. So, klub ich. Wer ist schneller? Ohrwascher? Zentrifuge. Schreibt's mal in die Kommentare. Wer ist schneller? Wer hat den letzten? Und danach geht's aus. Und mein ganzes Zeug ist weg. Kannst ihr mich flippen? Nope. Ach, komm schon. Okay. Schon wieder dunkel. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich mach das jetzt nicht da vorne. Ich mach das jetzt da hinten. Äh, wofür hab ich jetzt gesagt? Brauch 17. Ja. Ja, geh ich jetzt durch den großen Maserator. Also diejenigen, wo Zentrifuge geschrieben haben, Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Eine Reise zum EBF. So, also. Das heißt, ich brauche jetzt in meinen Input-Bass für Aluminium. Zehn Alumina haben wir da. Und fünf davon haben wir auch da. Wir brauchen 192.000 EU. Wir haben acht Batterien drin. Das dürfte auch kein Problem sein. Drückt die Daumen, wir hauen drauf. Und er sagt 80 Sekunden. So, dann gehst du mal da rein. Das nenne ich mal schnell. Da bin ich nur froh, wenn er läuft. Da haben wir schon 50. So, was haben wir denn da aus? Vorbekommen. Silikondioxid. Ich möchte eigentlich nur Feuerwerk sehen. Ich gehe mal dahinter. Nicht, dass dann Funke draufspielen. Aber macht es. Bumm. Und das wäre es natürlich. Wir haben unser erstes Alu. Ist das nicht schön? Was wir jetzt auf jeden Fall mal überprüfen müssen, ist, wie es mit den Batterien ausschaut. Wir sind bei 69 Prozent, 70. Und alles andere ist bei 72 Prozent. Das schaut doch schon mal gut aus. Das heißt, wir können auf jeden Fall mindestens noch einen Durchlauf machen. Und ich packe jetzt mal hier mein erstes Alu rein. Und denn mit dem Alu können wir ja schöne Sachen machen. Aber die machen wir beim nächsten Mal. Genau so ist es. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.